Heute geht es endlich mal raus aufs Wasser mit Heri seinem Goat. Wir haben einen leistungsstarken 50 PS Motor und wenn man hier in Australien Urlaub macht, ein absolutes Muss. Wir fahren jetzt zur Anlegestelle, da müssen wir ein paar Kilometer fahren. Und dann werden wir das Boot ins Wasser lassen und zu dritt geht das relativ einfach. Wir haben nämlich sehr starken Wellengang heute, aber der Heri ist da ein absoluter Profi und dann werden wir anständig das Boot ins Wasser lassen. Die Karte ist in der Nähe von der Karte. Brauchst du denn noch was? Brauchst du denn noch was von Dora? Ja, ich brauche schon mal. Ja? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute bekommen wir eine Temperatur von bis zu 35 Grad Eine erfrischende, windangenehme Bootfahrt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Prüfbein River hat eine Gesamtlänge von ca. 309 Kilometer Untertitelung des ZDF, 2020 Hoho! Ist das geil! Jetzt können wir ein bisschen das Boot fahren. Friesbein rüber! Jetzt werden wir sechsmal bis 500adzt. Öffnet noch ein bisschen die selben Spiele. Denn das Lied đã von mir nicht auf der anderen Seite. Niemals, die Deltung sind. Niemals, die Deltung sind zu zweit, die Deltung sind. Jesteitung ist schon immer noch für Deltung. Die Deltung ist nur für Deltung, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das ist schon kühlt. Erstmal. Prost. 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 Das ist richtig kühl. Wow, kaltes Bier. So, wir können es jetzt ein bisschen genießen und dann fahren wir wieder zurück. Mittagspause ist beendet. Jetzt fahren wir wieder heim und gut ist es. Was zu groß wird ich trauen, weißt du schon. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück, wo wir unser Boot reingelassen haben. Mega geil. Ja. Euch hat es ein bisschen gefallen. Prost bei uns rüber. Ein bisschen mit dem Boot miteinander schippen. Also, hab ich dir nicht, macht es sich gut. Ich muss die Janka fünf mit dir. Ja. Ja. Sägen. Mach das für mich. Mach das für mich. Mach das für mich. No, das wäre das schon mal. Ja, ja. Ich bin ein Falkner, ich bin ein Kind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.